Paris 2024 war auf jeden Fall ein großes Ziel. Es gibt natürlich schon mehr Aufmerksamkeit als jetzt bei einem normalen Turnier. Auch gerade bei der Eröffnungsfeier und so, da merkt man schon auch, was für eine weltweit riesige Veranstaltung das Ganze ist. Du weißt, es ist jetzt hier eines der größten Sportereignisse der Welt. Du spielst hier für dein Heimatland. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Da würde man dem auch gar nicht gerecht werden. Ja, es ist dann vielleicht schon ein bisschen mehr Druck auch, würde ich sagen, wenn man so für sein Land spielt. Da ist man sich schon bewusst, selbst wenn es nicht so gut läuft, dass man dem Heimatland dann auch einfach schuldig ist, bis zum letzten Schlag zu kämpfen, bis zum letzten Schlag positiv zu bleiben und auf jeden Fall alles zu geben. Man will auf jeden Fall sich würdig fühlen, dass man Deutschland da vertreten durfte. Wenn du dann wirklich auch im Dorf bist, da hast du gar nicht mehr das Gefühl, dass es eigentlich so eine große Bühne ist. Das ist dann relativ klein, bescheiden und familiär. Das war schon eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, das miterleben zu dürfen. Ja, das ist der Ausweis, womit du dich dann halt da, sag ich mal, frei bewegen kannst. Und dann haben wir hier halt von den anderen Nationen so die Pins dran. Die hast du halt dann so ein bisschen getauscht im Dorf oder auch bei der Eröffnungsfeier. Ja, und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen den Olympischen Gedanke. Klar ist man für sich selbst da, aber man will natürlich auch irgendwie von den anderen Sportarten, von den anderen Nationen so ein bisschen was mitnehmen. Und das symbolisiert das bestimmt, glaube ich, ganz gut. Also spontan würde mir auf jeden Fall als besondere Begegnung einfallen. Wir haben einen Abend mit so einem serbischen Diskuswerfer gegessen und da ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr witziges Foto dabei entstanden. Natürlich ist die Medaille das Ziel, natürlich will man da gut spielen. Das wäre definitiv ein Highlight, aber allein dabei sein ist auch schon ein Highlight. Das muss man definitiv sagen.